Warum 95% der Männer beim Frauenkennenlernen wieder aufgeben. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirtrainer und Datingcoach. Und in diesem Video sprechen wir konkret darüber, woran es denn liegt, dass die einen Männer ihren Zielen in ihrem Datingbereich nachgehen, eine Traumfrau kennenlernen oder von mir aus auch immer wieder neue Abenteuer erleben und die anderen kurz damit anfangen und nach einer Zeit einfach wieder aufhören und nichts in dem Bereich erreichen. Du musst verstehen, dass es immer zwei Motivationen gibt, warum man Frauen kennenlernen möchte. Zum einen die Motivation, sich fortzupflanzen, Sex zu haben und die andere Motivation ist wegen der Bestätigung, wegen der Aufmerksamkeit, wegen der Anerkennung, die man bekommt, durch das Frauenkennenlernen. Und die Männer, die erfolgreich sind und Frauen kennenlernen möchten und das auch tun, sind diejenigen, bei denen die Motivation höher ist, sich fortzupflanzen, mit Frauen tatsächlich Sex zu haben und diejenigen, die erfolglos sind, da ist die Motivation höher, die wollen die Aufmerksamkeit und die wollen die Liebe. Und wenn die die nicht bekommen, weil die eben Rückschläge bekommen, Körbe bekommen, die Dates laufen nicht, die Frauen sagen, ich spüre es einfach nicht oder sonst was, dann lassen sie sich viel zu schnell einschüchtern und geben auf, weil die merken, die bekommen diese Aufmerksamkeit nicht, die sie brauchen. Und das ist ja auch ganz natürlich, dass wenn du dich auf dem Datingmarkt befindest und Frauen kennenlernst, Frauen verführen möchtest, musst du ganz normal mit Körben rechnen oder es gibt Dates, die nicht zustande kommen oder Dates kommen zustande, aber ergibt sich nichts mehr draus und da musst du einfach drüber stehen. Wenn du nämlich dieses Ziel hast, hey, ich werde mit schönen Frauen Sex haben und ich werde so lange weitermachen, bis ich eine Traumfrau finde, die perfekt zu mir passt, dann lässt du dich davon nicht einschüchtern, weil du sagst, okay, Körbe gehören dazu, das ist Teil des Spiels, aber das zerrt nicht so an deiner Willensstärke, weil du gar nicht so sehr nach dieser Aufmerksamkeit und nach dieser Bestätigung und dieser Liebe suchst. Wenn allerdings dieser Drive höher ist, wenn du das unbedingt brauchst und nicht bekommst, das ist der Grund, warum du dann früher oder später das Handtuch wirfst und dich damit nicht mehr beschäftigst. Daher kann ich dir als Tipp geben, du musst jetzt mal ehrlich zu dir selbst sein, ist wirklich der Drang höher, mit dem Frauen Sex zu haben oder machst du es der Bestätigung oder der Aufmerksamkeit wegen und wenn das eher höher ist, dann such dir Bestätigung und Aufmerksamkeit in anderen Bereichen in deinem Leben. Sei es beim Sport, dass du boxen gehst und da etwas erreichst oder dass du im Job vorankommst. Wir Männer sind so getrieben, wir wollen etwas erreichen, wir wollen etwas zu Ende bringen, aber wenn du das im Frauenbereich suchst, wirst du damit auf kurz oder lang nicht glücklich. Dieser Bereich ist wirklich dafür vorgesehen in erster Linie, um intim zu werden mit Frauen, um Sex zu haben, um Spaß zu haben, um sich auszuleben, aber nicht in erster Linie wegen der Aufmerksamkeit und Bestätigung. Und ich damals musste das ja auch feststellen, denn ich habe mir gedacht, wenn ich mal so viele Frauen verführt habe, mittlerweile sind das über 400 Frauen, dann fühle ich mich wie ein Gott, dann bin ich einfach der Beste. Aber in Wahrheit, wenn ich jetzt zurückblicke und mich jetzt anschaue, ich bin natürlich zufriedener und entspannter, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich so viel Aufmerksamkeit oder Bestätigung bekommen habe oder so viele Frauen schon verführt habe, sondern weil ich einfach weiß, hey, wenn ich Appetit nach Sex habe, wenn ich neue heiße Frauen verführen möchte, dann kann ich das jederzeit tun. Und weil ich an Selbstvertrauen gewonnen habe, weil ich damals mir vorgenommen habe, hey, ich will ein sehr guter, begnadeter Verführer werden und ich werde alles dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und da ich es erreicht habe, dieser Selbstvertrauensboost, dass ich mir selber eben vertrauen kann, weil ich, wenn ich etwas sage, das auch einhalte, das macht mich zufrieden und entspannt. Aber das hat nichts zu tun mit diesem Kick, oh, hier Bestätigung, hier eine neue Frau, dies oder das. Ich bin immer noch derselbe in dieser Hinsicht. Deswegen ist es auch wichtig für dich, dass du von vornherein schon klärst, warum du das Ganze machst. Und wenn du irgendwie einen Mangel hast an Bestätigung, dass du das in anderen Bereichen suchst, denn dann wirst du viel glücklicher und zufriedener werden. Und dann, wenn du diese Parallelfrauen kennenlernst und dieser Drang nach Anerkennung, was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist, in anderen Bereichen suchst und Parallelfrauen ansprichst, wirst du merken, du wirst dich nicht mehr so emotional instabil sein, wenn du mal einen Rückschlag bekommst, einen Korb bekommst oder es nicht läuft, sondern du machst einfach weiter, weil du weißt, du wirst es erreichen, du hast nicht mehr dieses Verlangen, unbedingt Bestätigung oder Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern du willst einfach nur deine Bedürfnisse befriedigen. Sei es jetzt einfach nur des reinen Sex wegen oder weil du einfach eine Connection mit einer Frau aufbauen willst, aber das steht im Vordergrund. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst und wenn du Unterstützung brauchst bei der Umsetzung, weil du merkst, jetzt habe ich all das Wissen, kannst aber nicht umsetzen, ich brauche jemanden, der mich pusht, der mich da unterstützt, damit ich tatsächlich in der Lage bin, fremde Frauen anzusprechen, zu daten und zu verführen, dann ist jetzt deine Möglichkeit, dich für die kostenlose Beratungssession zu bewerben, entweder unter dem Video, in der Videolinkbeschreibung oder oben links bei dem I, da kannst du dich bewerben, dann werden wir uns deine Bewerbung durcharbeiten und innerhalb von sieben Tagen bei dir melden und dir Schritt für Schritt aufzeigen, wie es wirklich geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.